Indirekte Ja-Nein-Fragen mit Ob werden häufig verwendet, um höflich nach Informationen zu fragen oder Unsicherheit auszudrücken. Es gibt folgende Anwendungen mit Ob. Höfliche Anfragen. Könnten Sie mir sagen, ob der Bus heute noch fährt? Wüssten Sie vielleicht, ob das Geschäft morgen geöffnet ist? Allgemeine Informationen erbitten. Ich frage mich, ob es einen Park in der Nähe gibt. Könntest du mir mitteilen, ob der Film sehenswert ist? Unsicherheit ausdrücken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Hast du eine Ahnung, ob es am Wochenende regnen wird? Bitten um Bestätigung. Könntest du bestätigen, ob die Veranstaltung um 18 Uhr beginnt? Würdest du mir bitte sagen, ob die Reservierung bestätigt wurde? Mitteilen von Unklarheiten. Es ist mir nicht klar, ob der Zug pünktlich ankommen wird. Ich bin unsicher, ob ich die Anweisungen richtig verstanden habe. Um Erlaubnis bitten. Darf ich fragen, ob ich den Raum betreten kann? Könnte ich erfahren, ob es möglich ist, den Termin zu verschieben? Darf ich fragen, ob ich das Fenster öffnen darf? Es ist hier etwas stickig. Könnte ich erfahren, ob ich Ihren Laptop für eine Minute benutzen darf? Mein Akku ist leer. Darf ich fragen, ob ich den Bericht später einreichen kann? Ich hatte unerwartete Schwierigkeiten.